Es stimmt ja alles nicht und ich lüge sie ja einfach nur an. SOS? Wir haben so krass aussortiert als Großgrundbesitzer. Bisschen wie eine Biotonne als Mensch. Ganz herzlich einmal willkommen heißen. Willkommen in meinem neuen Badezimmer. Hier ist mein neuer Spot. Hier mache ich mich fertig. Mein Schminktisch, egal, das zeige ich euch alles noch. Auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich hatte euch auf Instagram schon erzählt. Für mich geht wirklich ein großer, großer Traum in Erfüllung. Und zwar darf ich für diesen Teil des Videos mit The Ordinary zusammenarbeiten. The Ordinary. Oh mein Gott. Ich freue mich einfach so diesen Teil zu drehen. Und zwar, ihr wisst, seit Jahren sind The Ordinary Produkte fest in meiner Routine. Ich habe zig Videos über die Produkte gedreht. Und ich habe mir wirklich immer gewünscht, dass das irgendwann zustande kommt. Und ja, auf jeden Fall. Darf ich seit ein paar Wochen und es geht ja noch in unserer alten Wohnung mit. Und ich habe auch nur noch die Hälfte. Die neue Formulierung vom Bestseller vom Hyaluronic Acid. 2% plus B5 testen. Denn es ist so, The Ordinary hat dieses Serum neu formuliert. Es gab viel Feedback und das Serum hat ein komplettes Makeover bekommen. Ich habe das schon vor vielen Jahren immer benutzt. Ich hatte nie Probleme mit der Konsistenz oder mit der Textur. Aber ich weiß, dass sie bei manchen zu klebrig war. Und glaub mir, die neue Textur ist nicht ansatzweise so. Die Textur ist wirklich so unglaublich seidig und leicht. Und wenn ihr jemals gesagt habt, nein, Hyaluronsäure, das klebt mir alles so doll. Ich komme mit der Textur nicht klar. Bitte glaubt mir. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Textur wurde aber nicht nur geändert, sondern auch noch zusätzliche Ingredients. Also Inhaltsstoffe. Es sind jetzt 5 Formen an Hyaluronsäure drin. Das sind mehr als zuvor. Plus noch Ceramide, was ja so mein absoluter Lieblingswirkstoff vom letzten Jahr ist. Und ihr habt hier wirklich ein traumhaftes Serum, was euch maximale, und wir unterstreichen das, maximale Feuchtigkeit bietet. Ihr seht ja gerade schon meine Haut. Und ich habe halt wirklich eine ganz simple Routine, gerade mit 3 Produkten. Und das Ganze halt auch wirklich zu einem total fairen Preis. Also hier stimmt wirklich alles. I love it so much. Das Gute ist, ihr wisst und ich weiß auch, dass ich immer nur Produkte wirklich empfehle, die ich lange getestet habe und die ich wirklich absolut großartig finde. Und vertraut mir, das gleitet so auf eure Haut. Und es ist wirklich ein absolut großartiges Makeover, hinter dem ich 100% stehe. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, die Kombi mit den Ceramiden, die da jetzt drin sind, für eine gestärkte Hautbarriere, ist wirklich ein absolutes Must. Also gleicher Name, aber neue Formulierung. Ich verlinke es euch natürlich in der Infobox, offensichtlich. Trotz in eure Routine mit allen, wie gesagt, auch kombinierbar mit allen anderen Produkten. Einfach ein absolut schöner Start für diese Zusammenarbeit. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich mich das macht, dass ich mit The Ordinary zusammenarbeite. Mein Gott, ist echt toll. Dritter Step in der Routine ist natürlich Moisturizer. Und da benutze ich jetzt die Natural Moisturizing Factors plus HA und das halt auch sehr, sehr Feuchtigkeitsspenden. Und ich muss sagen, ich bin seitdem wir hier wohnen eigentlich krank. Meine Ernährung war nicht die allerbeste. Und allgemein bin ich körperlich nicht ganz auf der Höhe. Auch jetzt mit meinem Rücken und einfach allgemein bin ich halt krank. Aber meine Haut, meine Haut sieht nicht krank aus. Also ich bin wirklich so unglaublich happy mit meiner Haut aktuell. Und ich habe echt nur einfach diese simple Routine benutzt, weil alles andere auch noch in Kartons ist. Deswegen war das jetzt einfach die perfekte Testphase. Meine Haut ist halt wirklich echt in einer traumhaften Verfassung. Und ihr werdet sehen, jetzt werden sich aber die Kartons leeren, weil Lela hier ist. Die ist unten im Keller am Wüten. Die ist so in dem Element. Das ist so süß. Sie liebt es ja einfach. Ich kann, ich meine, ich bin ja unglaublich dankbar. Aber sie liebt es ja, meine ganzen Sachen zu sortieren. Und unten ist jetzt halt erst in meinem Studio. Wir haben da so einen richtig großen Raum. Wir haben fünf schöne Kellerräume. Und der eine ist dann jetzt quasi, bis wir hinten den Ausbau machen, mein Studio. Und sie räumt das gerade alles ein und will hier auch noch Badezimmer auspacken und so. Also ja. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal runter. Und gucken, was sie da so treibt. Gewöhnt euch an diesen, an dieses Badezimmer. Weil perspektivisch irgendwann wollen wir hier auf jeden Fall oben auch noch mal einiges neu machen. Ich finde es halt cool. Es ist halt sehr so, sehr gold und sehr so flashy. Aber ich mag es. Deswegen ist es halt auch ein richtig riesiges Badezimmer. Schon, ja, schon irgendwie cool. Warte, ich hole Handschuhe. Ich glaube, hier müssten welche sein. Auch bei den Socken auf dem Fensterbrett. Komm, wir gehen raus. Komm, wir gehen in den Garten. Wir gehen in den Garten. Komm. Super. So, es geht. Klappe, die erste. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge LJ Investigations. L&J, das wissen unsere treue Zuschauer, steht natürlich nicht für Lela und Yamina, sondern für Law and Justice. Wie ihr wisst, wollen wir keine Kosten und Mühen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und wir gehen heute den Ding auf den Grund und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir erforschen unbekanntes Territorium. Terrain. Terrain. Wollte uns etwas passieren, ist es so, im Namen der Wissenschaft gibt es für uns eben keine Grenzen. Und... Ich sterbe gleich. Klicke uns die Daumen und wir werden herausfinden, was es mit den Gewässern hier im No Man's Land auf sich hat. Oh mein Gott, du siehst so süß aus. Ein bisschen wie eine Biotonie als Mensch. Aber die Handschuhe, die brauchen wir vielleicht gar nicht, oder? Oder willst du so auf den Grund? Ja, also... So, wow. Okay. Hallo? Wir haben Erwartungen, die Zuschauer möchten wissen, was da los ist. Oh, ich kann mich gar nicht bücken. Kannst du nicht bücken? Ja. Ich komme nicht an meine Handschuhe ran. Kannst du dir noch ein bisschen mir geben? Killer. Dexter. Dexter-Handschuhe. Ich sehe richtig, wir haben richtige Dexter-Vibes. So. Lasst uns los. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns jetzt am Platz des Geschehens. Das Mysterium des heutigen Tages ist ja, in diesem unbekannten Gewässer erschien aus dem Nichts eine... Ja, eine schlammartige Geröllmasse. Und wir müssen jetzt wissen, was ist da passiert? Ganz genau. Woher kommt das? Ganz genau. Was ist das, fragen wir uns. Und was hat das mit dieser plastikartigen Erhebung? Ganz genau. Wir vermuten ein großer Schatz. Aber wie ihr seht, wir haben auch schon unseren Suchhund dabei. Sucht schon mal den Tatort ab. Es gibt keinen Preis, der zu hoch ist, wenn man dafür die Wahrheit erhält. Und jetzt reingesprungen. So ein Körper, weißt du. Aber da merkst du, wie gesund das Ding, der Teich ist, dass da so viel Sauerstoff drin ist. Yes. Wir rollen. Jetzt pass auf, guck mal. Ah, jetzt... Ja, ja, ja. Voll krass. Oh, da kommt aber auch Gestank hier hoch. Mhm. Also musst du auf jeden Fall sehr langsam bewegen. Oh, wie das dann an dir dran geht. Oh, hässlich. Oh. Oh, alter Schwede. Oh, ist das heftig. Jetzt habe ich den ganz anderen Boden. Oh. Oh, ist das krass. Äh? Oh, ist das krass. Was der Druck. Ja, der Druck ist krass. Alter. Der kann mich auch nicht ganz langsam bewegen. Oh, oh. Oh mein Gott, Hase, wir gehen gleich unter. Ja, du bist auch mal ein bisschen größer. Ja, ja, ja. Aber guck mal. Also für mich darf das jetzt eigentlich nicht viel schiefer sein. Ja. Bio. Hier ist der Boden. Hier ist der Boden besser. Hey. Ja? Okay. Hätten wir das machen sollen, als Christian noch da war? Dass uns irgendwie jemand rettet, falls sie doch ein kleines Wuschel unterkriegen sind? SOS. Ist das die Folie? Ja. Wow. Alter. Da ist Luft drunter. Das ist ja nicht wie ein Sohn. Ja, und wahrscheinlich ist das die Folie. Oh mein Gott, ich finde es ein bisschen große Wicht. Nein, das ist aber kein gutes Zeichen. Wie geht's? Schau mal, weil das da hinten ist nämlich, glaube ich, ein Zanzack, der sie eigentlich runterdrücken soll. Ja. Und da ist Luft drunter. Ja, 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 ja. Das ist die Folie. Okay, das Gute ist, es ist Zei... Das ist das Zeichen. Ich bin zu klein für diese Scheiße. Aber was... Soll ich jetzt hier rauf? Asfi? Ja, guck mal, wenn du jetzt so einen Schritt nach vorne machst, ob das dann die mit runterzieht. Ja, das geht aber hoch. Ja, aber ich rutsche ab, weil das halt so glitschig ist. Ja. Ach, guck mal, ich komme jetzt hier hoch. Oh, oh, oh! Nein, nein, nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du bist nicht auf der Wiener. Ich gehör doch auf! Ich gehör doch auf! Oh Gott! Handy hochhalten! Ja! Die Feuerwehr anrufen! Nein! Ach Gott! Nein, auf Gottes Willen! Nein! Du kannst nicht schwimmen! Bitte! Ich dachte, du kannst nicht schwimmen! Ach Gott! Ach! Okay! So Leute! Das Gute an der Sache ist, wir haben herausgefunden, was es damit auf sich hat. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay Leute, also die Nachbarschaft war auch schon alarmiert. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich meine, wir haben herausgefunden, dass wir ein Loch in der Teichfolie haben. Okay! Ja! Also, das erklärt den Anstieg, das erklärt diesen hochgetriebenen Beutel. Ja! Also, so war das doch ein erfolgreicher... Du stinkst ein bisschen! Frühlingsgefühle! Wir haben uns heute auch verdient! Oh Mann! Endlich Sonne! Wirklich, Leute! Ich bin jetzt geduscht, wir haben uns wieder beruhigt. Es war so verrückt, ich bin jetzt eben duschen gegangen, Haare gewaschen, alles, ich war ja komplett verschickt. Und Lela, einfach wie so ein wütendes Duracell-Häschen, unglaublich! Die Energie, die du hast. Jetzt hat sie einfach nochmal, das müssen wir euch zeigen, nochmal den Keller aufgeräumt. Noch mehr alles an Ort und Stelle, jetzt können wir richtig Wäsche wäschen. Es gibt eine Beo-Auffangstation. Genau, es gibt eine Beo-Auffangstation, das können wir auch endlich mit Beo durch den Keller und den sauber machen. Ja, aber das Ding ist ja, es macht mich so glücklich einfach, ich habe den Spaß meines Lebens hier. Ich glaube, ich habe jedes Mal gesagt, was das nächste Projekt ist. Ja, wobei, jetzt hast du schon gerade den Pavillon dir unter dir genommen. Ja, der wird heute auch noch kurz. Aber erst mal haben wir uns jetzt einen richtig schönen Drink verdient. Ja, weil die Sonne so schön ist. Also wir haben ein Weinchen, danke schön. Auf uns, auf uns! Cheers! Cheers! Mein Gott, ich sehe, ich sehe, ich sehe einfach alles vor mir. Sehr toll mit dem Sommer. Ja. Ich buche nachher auch gleich die nächste VT her. Ich habe dir so einen Spaß. Boah, es ist schön. Es ist schön mild. Ja, und vor allen Dingen, was ich auch, was ich dir auch schon gesagt habe, das ganze Fotomaterial. Ich habe auch von dir noch extra Videos gegeben. Alles total schön. Aber wenn du hier bist, ist es nochmal echt. Ach, es ist nochmal anders als auf den Videos? Es ist traumhaft, ja. Wirklich. Es ist wie ein Ferienhaus. Es ist wirklich so. Man hat das Gefühl, man ist in einem Ferienhaus. Also man, die ersten zwei Tage war ich ja auch einfach, ich habe mich ja nicht rausbewegt. Und der dritte Tag mussten wir ja quasi raus. Und dann hatte ich sogar noch mit Janina Schnickschnack Schnuck gemacht, ob ich nicht doch hier bleiben könnte. Muss ich wirklich, muss ich hier wirklich weg. Ja, aber der Tag wird auch echt noch meinen Job. Du, wir haben ja entdeckt, dass da ein Loch drin ist. Ja. In der Folie. Das, ja. Ist nicht so geil. Aber das war ja auch wirklich, seit ich hier angekommen bin, habe ich mir gesagt, das wird mein Highlight. Und es hat... Es hat alles übertroffen. Ja, es hat alles übertroffen. Oh Gott. So, wir genießen jetzt die Sonne, Leute. Unglaublich. So einen riesen Laubhaufen gebaut. Jeder Mensch braucht einfach eine Lela im Leben. Es ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Jetzt ist sie einfach hinten zum Gästehaus marschiert. Das habe ich versorgt. Oder beziehungsweise in den Garten schuppen. Er hat sich jetzt einfach mal versorgt. Ich habe schon den Champagner geholt. Seid ihr, wir haben hier ganz klare Rollenverteilung. Ja. Aber ja, weil, weißt du, du kannst halt die Zeit genießen, aber ich so als Großgrundbesitzer ist halt... Nicht nur Frank. Ne, du, aber ich verstehe das ja nicht, wie das ist. Aber Gott bless, dass es dich gibt und du weißt, wie das Leben als Großgrundbesitzer ist. Ja, dafür gibt es halt Regeln. Ja, ich habe schon hinten, ich habe schon drüben was gehört. Ich so, Gott, was macht ihr denn da jetzt schon wieder? So, also ich mache jetzt erstmal den Champagner auf. Genau. So. Hat er hier bis dahin auf. Ganz genau. Beo hat übrigens, falls ihr euch fragt, wieso der Hund, der arme Hund angekettet ist. Beo, möchtest du das erzählen? Ja, der haut nämlich ab und unser Zaunbau wird erst nächste Woche fortgeführt. Und ja, bis dahin muss der hier festgemacht werden, sonst ist der nämlich immer auf der Straße oder auf dem Feld. Halt überall, aber nur nicht hier. Das Problem ist ja auch immer, wenn du was holst, läuft ja schon mal zwei Kilometer. Ja, ja, ich weiß, wir haben Fernsehen. Äh, Beo, Lee. Oh, ich kann da nicht die Raffaello schicken. Okay, Hase. Ja, auf uns. Wuhu! 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 弄 euch! Von Lidl ist natürlich der beste Champagne %. Das bio sollte sein Wasphi BMW 50mm oder die Kardashien. Wuhu! wenn ich habe leider leute es ist wirklich eigentlich tragisch weil ihr hättet das vorher sehen müssen unserer garage lehla hat hier wirklich schon wieder gewütet duracell auf das ist irre wir konnten hier vorher nicht durchlaufen bei norma hat grad da und wir haben halt im haus gerade ein bisschen was gemacht und dann habe ich jetzt mal kurz weil ich nicht hier und plötzlich ist alles frei also wirklich man konnte nicht durchlaufen es ist so irre ist eigentlich hinten das gestehaus noch auf ok muss man auch mal rein ja das ist auch so geil müssen wir gleich auch noch mal zeigen ich mein klar hier ist immer noch sehr viel aber ihr seht das ist auch zum beispiel unsere gesamte küche die hier steht das ist natürlich jetzt alles für den moment bleibt das auch erstmal so der andere europa park also spielparadies ist das hier für mich vor allem ihr hättet wie leila vorhin sehen müssen warte ich bin es ein bisschen hell mit dem im garten hat sie auch gebührt hat sich hier den anzug von gestern angezogen und dann so ein käppi aufgesetzt wie unsere gärtnerin ist sie durch die gegend marschiert ihr habt mir doch geschrieben jetzt bei unserer lern haustür ob wir ob wir nicht dann jetzt auch angestellte haben jetzt haushaltshilfe auch also die kommt noch genau möchtet ihr leila buchen bitte jetzt ohne spaß also ich meine jetzt ernsthaft gesprochen und ich glaube das macht mich so glücklich dass ich echt überlegt ob ich ein business machen wir schreiben mal also wenn jemand von euch wirklich ernsthaft hilfe möchte die klattern im aufräumen im organisationsbereich im haushalt oder hausgarten whatever prinzipiell wohnst du ja auch leider in frankfurt und nicht hier in oldenburg genau genau also schreibt mal weil es ist wirklich crazy wie weit wir hier im fortschritt sind seitdem leila hier seit tagen wütet ja wir müssen euch auch immer noch mein make-up rum und alles zeigen also ich bin einfach nur dankbar wir hätten das wirklich niemals geschafft er ist wirklich i mean it weil ihr seht ja ja aber ich fühle mich halt so unnütz weil ich durch meinen rückgang halt halt nichts machen kann also vorhin ich kann halt immer nur gucken wobei das ding schieben kann ich so was das hat leila nämlich auch bei uns entdeckt im gartenhaus das ist so geil und dann wird die ganze zeit den müll von a nach b transportiert das witzige ist ja auch dass es jetzt was wir schon fast an dem punkt wo ich dir immer sagen muss also nicht im haupthaus aber du kennst dich schon besser aus also außer in der küche die küche kenne ich mich besser aus den rest kennst du dich besser aus das muss ich auch sagen also sorry warte die behalten wir die strandtasche den hätten wir den ganzen tag anhaben müssen wir haben gerade die lidl poncho gefunden das sieht so geil aus so wir machen jetzt noch eine eine fuhre drüben ach so ja guck mal das brauchen wir auch nicht oder die folie ja 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 okay und das nehmen wir auch noch mit ja und das auch das schiebst du das wollte ich aber auch drauf schmeißen ich muss es auslernen sonst wird es noch schlimmer schon zu leila gesagt wer hätte sich jemals gedacht dass wir so unsere wochenenden verbringen so und ihr kommt mit mir mit so eins kann ich euch sagen als großgrundbesitzer ist es auch nicht so einfach gutes personal zu finden die dame hier es ist der nächste tag wir haben ausgeschlafen wir haben geduld und jetzt seid ihr bei uns im keller und wie ihr seht wurden die räume alle beschriftet als das umzug unternehmen hier war keller 34 und keller 5 ist gleich hier links und da kann ich euch jetzt mal was zeigen und zwar wart ihr hier unten ja noch gar nicht leila vor allem leila muss man ganz klar sagen hat hier komplette magic betrieben und jetzt denkt man erstmal so okay hier ist halt wäsche ist auch so weil wir haben hier unsere waschmaschine und so weiter aber wir haben hier hinter mein studio und da möchte ich euch jetzt ganz herzlich einmal willkommen heißen und zwar in jaminas studio herzlich willkommen zu den beauty news des tages also wir haben einen perser teppich den haben wir von den vorbesitzern übernommen dann kennt ihr dieses regal was wird da geschneckt die hatte ich ja noch in unserer alten wohnung das habe ich auch hier übernommen das war hier unten im keller passt perfekt und genau hier ist es meine gesamte make up kollektion leute das ist so es ist wirklich mini ich war sagen die kollektion könnte auch die kollektion von jemand sein der zwar make up mag aber jetzt nicht sag ich mal so beauty videos dreht ist echt nicht so viel es ist wirklich ist es wirklich leute wir haben so krass aussortiert und klar es kommt ja auch immer wieder neues rein aber ihr wisst ja um meinen make up schrank von früher und das ist jetzt es ist wirklich toll es ist wirklich überschaubar ich meine gut ich habe eine kleine concealer obsession es gibt so einzel bereiche aber foundations würde ich sagen ist normaler bestand hier sind meine foundations also es ist wirklich mega das kann ich euch auch noch mal irgendwann gerne noch mal im detail zeigen was ich halt wirklich behalten habe wenn ihr das wollt dann sagt mal bescheid aber ja es ist wirklich cool ach guck mal hier die allerersten schuhe von mir jemals ist auch echt gut ja und hier ist jetzt das setup so ein bisschen behind the scenes und zwar mein imac karton ein kissenbezug und diesen traumhaften schrauß den ich von christian bekommen habe zum valentinstag der ist so wow und wir haben gesagt komm wir drehen jetzt was und da darf der natürlich drauf wenn ihr was im hintergrund hört wir machen mal kurze testaufnahme dann ist das die wärmepumpe wir müssen mal gucken die ist hier nämlich nebenan ob ja auf jeden fall so ist das setup leute also wenn ich jetzt videos drehe dann ach so da hängt noch ein hemd von christian ich habe noch nicht alle lichter aufgebaut also hier kommt noch ein bisschen was dazu aber ja ich bin total happy mit meinem neuen setting wirklich und ich glaube die rückwand die wird auch noch ein bisschen anders ja auf jeden fall überlegen wir uns noch was irgendwie auch vielleicht ein bisschen streichen oder so genau ich positioniere euch mal wir möchten etwas unboxen seit november und wir haben es selber noch nicht reinkommen nein nein aber pass auf ich setze mich mal kurz dazu man sieht ja mich gar nicht und das war für mich echt schlimm ich bin ja soo ja ich weiß und dass du überhaupt den karton noch aufgehoben hast weil ich wusste wenn ich es nicht im karton lasse also das wundert mich das ist eigentlich völlig untypisch für dich hätte ich das die ganze zeit schon so gesehen wie es jetzt aussieht hätte ich schon längst reingeguckt ok one second leute ich komme mal eben ins bild auch weil ich immer denke das geld mir nicht steht aber auch grad mit deiner haarfarbe aber ich glaube das ist halb deske also wie soll ich sagen war hier das licht doch uff wer hat denn da so einen schönen bling bling ring oh mein gott hast du den bling bling hier oben was ihr nicht wisst aber jetzt herausfinden werdet ist Lela ist verlobt ja ich hab's auch nicht erwartet ok also wir müssen von vorne anfangen ja wieso ist das jetzt ein riesen thema und also offensichtlich ist es ein riesen thema also offensichtlich aber wieso jetzt also ok ja genau also warum müssen wir jetzt hier darüber reden genau warum müssen wir es jetzt überhaupt erzählen was soll das genau was soll das überhaupt also wir spulen mal zurück zu ungefähr oktober 2023 und Lelas nun verlobter mit dem ich mich auch darüber verstehe rief mich an und sagte Yamina wir müssen reden ich brauche deine Hilfe und dann wusste ich eigentlich schon gleich was hier los ist wir waren ja auch davor noch zusammen mit Roskana genau also das ist so für euch der Zeitraum ja und dann seid ihr nämlich nach China geflogen in Urlaub ja drei Wochen drei Wochen so und sein Plan war dort den Haaradsantrag zu machen aber er wollte natürlich unter gar keinen Umständen die falsche Regengröße so sagte er zu mir Yamina finde ihre Regengröße heraus und dann dachte ich so ja ok das ist eigentlich nicht so also das kriegen wir schon irgendwie hin ja war nur ein bisschen alles eng getimt nicht wahr genau es war dann weil er hatte dann schon einen Termin beim Juwelier gemacht und dann war das eigentlich so eine du musst es heute rausfinden weil morgen gucke ich mir Ringe an ich so pff ok naja auf jeden Fall habe ich dann so überlegt okay wie kriege ich jetzt irgendwie ihre Ringgröße raus ohne dass sie halt was vermutet weil Lela sowas dann auch schnell irgendwie so du riechst halt dann auch den Braten sofort also das war nämlich so ich hatte schon seit Monaten Kontakt mit This Is Plus und zwar übrigens seine Haarreifen kennt ihr auch schon aus einem Video von mir nicht das ist auch von This Is Plus und wir hatten schon monatelang Kontakt und hatten immer gesagt lass uns mal was zusammen umsetzen die haben halt Schmuck aus Echtgold made in Germany das Gold ist aus 99% recyceltem Material also wirklich ihr müsst euch bitte die Homepage Insta alles angucken einfach nur unnormal und dann dachte ich schon so okay von denen Ring zu haben wäre halt so the dream okay und dann dachte ich so okay geil ich nutze jetzt einfach diesen Kontakt weil Lela ihr wisst ja ist meine Friendlagerin sprich sie kennt meine E-Mails sie weiß und ich war ja tatsächlich auch schon mit in diesem Auswahlprozess weißt du was passt was passt nicht genau du hattest ja eh schon mit denen Kontakt und du hast ja auch die E-Mails geschrieben sprich ich so okay geil ich weih jetzt einfach die von This Is Plus ein und sag denen dass ich halt quasi ja ich brauchte halt eine Story also fing es so an ich rief Lela an und hab dann gesagt du Lela das Team von This Is Plus hat eine richtig geile Idee Klammer auf das hat alles ja nicht gestimmt Klammer zu dass die mit uns so eine Freundschaftskollektion rausbringen möchten und ich bin ausgewirkt weißt du du hattest Tränen in den Augen ich hab mich so gefreut und dann hab ich noch voll die Storytoss gemacht und ich sag so guck mal sogar die spüren das und so also ja genau das war so emotional für mich genau du hast nämlich gesagt so oh mein Gott das ist so krass das sogar ein quasi Marketing Team mit dem wir zusammenarbeiten so gesehen dass die sogar spüren was wir für eine krasse Freundschaft haben und ich innerlich so gestorben ich so mein Gott weil es stimmt ja alles nicht und ich lüge sie ja einfach nur an aber du völlig so ausgeflippelt und da hat sie mir natürlich ihre Ringgröße gesagt für unsere potenzielle Freundschafts-Ring-Kooperation und und ja und das wurde ja du musstest es ja noch weiter also du musstest ja das Spiel wirklich die ganze Zeit weiter treiben weil da ging es ja auch noch daran dass wir geredet haben wie genau können wir uns dann vorstellen was würde denn passen und so weiter das ist ja riesen Thema gewesen genau genau also es ging ja auch darum dass wir dann halt ein Shooting haben in Berlin ich musste halt weiter reden und weiterspinnen ich hab alles alles ausgepackt Shooting in Berlin und unser Designprozess und dann habe ich gesagt die schicken uns jetzt erstmal so Sample-Ringer um halt so zu gucken wie die so sitzen und so weiter eigentlich auch rückblickend völliger Quatsch nein das war gut ich hab das halt voll abgenommen ja klar brauchst du Sample ja okay eigentlich hast du recht alles gut naja so auf jeden Fall Lela völlig dann auch emotional eben dann noch Freund erzählt wie krass das ist das ist ja das Schlimme der kam nach Hause und ich so du weißt nicht was heute von ihm ist ich bin ja ich hab das ja voll hoch geschaut ja 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 voll mega ja so auf jeden Fall und er nur so ja du meinst du warst noch voll enttäuscht über seine Reaktion ja genau der hat das irgendwie so gar nicht richtig der hat das gar nicht richtig abgefallen genau so auf jeden Fall hatten wir dann die Regengröße also möchtest du dazu stehen dass du das verkackt hast ja ich hab halt erstmal nur schätzen müssen und hatte irgendwas gebastelt was man mir im Internet gesagt hat so könnte man sich das basteln damit man es rauskriegt genau du hast halt einfach so einen Regengrößen Messgerät gebastelt das Ding ist ich hab sogar auch extra so ein Ding gekauft ja aber gut es war halt hier und nicht bei dir abends habe ich das Christian dann erzählt die ganze Story eingeweiht und dann habe ich Christian halt die vermeintliche Regengröße genannt von Lela und dann meinte er also das kann überhaupt nicht sein ich sag das denn nicht also das ist deine ehemalige Regengröße also quasi als wir damals verlobt waren oder eher mich hä die hat den Antrag gemacht genau so und dann meinte er also das macht so und den haben wir dann noch irgendwann den haben wir auch kleiner machen lassen sprich das macht ja also ich meine guck dir unsere Hände ja also er meinte so es kann nicht wie das Größe sein ruf sie sofort an ran anrufen genau ran so musst du es canceln naja und dann wartest du aber nicht mehr zu canceln auf jeden Fall fast forward Lela hat eine falsche Regengröße angegeben ihr Verlobter war natürlich nicht so amused ähm vor allem weil du noch zu ihm gesagt hast trust me ich hab also der hat doch erzählt dass er dich doch gefuckert hat Jamina kriegst du es irgendwie hin und du hast doch so so voll klar gesagt so also ich bin ich bin the man for the jobs for me ich weiß nicht was du gesagt hast der hat mich kaputt gelacht ja weil ich mir auch 100% sicher war also ich war mir meiner Sache sicher dass du meine Story glaubst voll und ich finde ja meine Story war sensationell mega also ich meine also eine Freundschaftskollektion Freundschaftsringe für uns beide es ist so es war einfach nur perfekt auf jeden Fall 1.11. und du bekommst den Heiratsantrag wo das müssen wir auch kurz erzählen auf der chinesischen Mauer richtig richtig süß richtig schön oh mein Gott richtig schön und vor allen Dingen waren wir ja schon 3 Stunden am wandern deswegen ich hab an dem Tag mit gar nichts gerechnet also wirklich nicht ja und dann kam the big surprise ja und richtig also wir haben dann ja auch alle ein Video bekommen und so und das ist schon echt so schön gewesen also mega mega schöner Antrag und ja jetzt steht dieses Jahr können wir schon sagen oder Standesamt steht an das können wir schon sagen ja genau aber übrigens noch ganz witzig der also den Antrag gemacht hat er da da erstmal natürlich gefreut er zelebriert und so weiter und ich irgendwie so weiß ich nicht 20-30 Minuten später sagt er erzählt er mir dann eben die Story dass du ihm da geholfen hast und meine Reaktion war ich war völlig schockiert die ganze Verlobungsgeschichte war da quasi schon und so beiseite ich so wie? die Kooperation die gibt's gar nicht ich war völlig am Boden zerstört ich war richtig richtig traurig so und jetzt ist nämlich der Twist und das war wirklich ich mein ihr hört ja der Story ist wirklich es ist 100% so passiert dass dann Cisplus zu mir meinte aber Jamina das ist so eine schöne Lüge wir machen das trotzdem und das ist so heftig weil ohne Witz jetzt mal diese Ringe wurden jetzt wirklich für uns angefertigt und wir haben sie noch nicht geöffnet wollten es halt unbedingt filmen aber Lela ist ja wie so ein Duracell Häschen seit einer Woche in meinem Haus aber macht nur meinen Garten auf Vordermann und alles andere haben wir gesagt wir wollen das halt unbedingt auch zusammen also halt anboxen und mit euch irgendwie teilen ja aber wir haben die Ringe auch selber noch nie gesehen also das ist jetzt eine komplette Surprise okay das ist halt richtig hochwertiger Schmuck den man halt für immer hat es ist wirklich so ein Forever Piece ja das ist kein Modeschmuck das ist kein Modeschmuck nicht im Ansatz das ist etwas das trägst du so wie deine Eheringe Verlobungsringe halt immer ja und so richtig schöne also absolut zeitloses Schmuckstück auf der Seite ja 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 wir haben oben hier mit kleinen Croissants wir haben viele Favorites mhm auf jeden Fall willst du mein Best Friend Forever sein? ja ich will mich jetzt auch mein Best Friend Forever sein ja müssen wir Sommertaschen rein? das stimmt ja nicht mehr okay ich bin jetzt echt gespannt okay wie gesagt ich musste das immer die ganze Zeit im Karton lassen ich trau mich gar nicht ich trau mich auch nicht du hast so lange zu ich weiß eins zwei drei allein die Gravur oh wow ich muss jetzt nochmal ganz kurz die Gravur ist superschön guck mal das ist auch auf beiden Seiten ach tatsächlich? wie geil ist das denn? also ganz kurz auch zu der Ring Wahl wir haben ja gesagt weil wir beide ja auch schon viel Schmuck tragen dass wir dann den Ring wollen also dass wir den so haben möchten dass der auch immer tragbar ist zu den Dingen die eh schon da sind genau und das ist halt ein Stacking Ring sprich den könnt ihr halt mit allen anderen kombinieren an welchen Finger trägst du denn jetzt einen? wahrscheinlich neben meinem Verlobungsring oh mein Gott echt? ja warte ich weiß nicht warte mal so also warte mal wo trägst du deinen Verlobungsring? na hier ja aber willst du ihn dann an welchem Finger jetzt? ah also ich habe hier meinen Ehering aber ich habe überlegt so vielleicht wobei ich finde also weißt du weißt du also ich trage übrigens meinen Verlobungsring ja rechts obwohl ich ihn links tragen sollte weil ich ja hier das Tattoo habe und mein Gott einfach nicht der nimmt dem Ring was weg und anders ah ja aber der ist ja so da kann ich mir vorstellen dass der eigentlich wiederum hier cool aussieht aber müssen wir den ja am gleichen Finger tragen? nein weil ich habe ja hier schon meinen anderen Verlobungsring ich kann den natürlich weil es ja ein Stacking Ring ist den aber das finde ich auch eigentlich weißt du würde ich den lieber aber ist auch süß ist aber auch süß ja oh mein Gott sieht auch richtig gut aus zusammen mit dem Gold und Silber das ist kein Silber das ist kein Gold also was excuse me mit deinem Weißgold Silber das hatte ich dem Rang nein bitte nicht bitte aber warte mal was sagen unsere Männer denn dazu wenn wir die zusammentragen eigentlich schon schön ja oh Gott ist das schön achso und genau zur Gravur das können wir euch noch sagen wir haben das du kannst ja auch alle Sachen gravieren lassen wir nennen uns schon eigentlich immer Pinky and the Brain und das haben wir uns auch im Handy eingespeichern auch normal da haben wir ein ganz volles Bild dazu richtig mit Doris genau so und deswegen haben wir halt Pinky and the Brain hier noch rauf gravieren lassen und jetzt ich meine es ist einfach schon so jetzt eh schon so cute ja unsere ganze Lebensgeschichte ist so süß aber es wird noch süßer Leute ich weiß nicht ob ihr noch könnt aber es wird noch süßer und zwar stehen wir gestern Abend in meiner Küche und nichts ahnend dann hast du mir vor Ewigkeit mal erzählt dass du so einen leckeren Wein gefunden hast blablabla so aber habe ich schon eigentlich völlig vergessen und dann überreicht sie mir den und sagt so was hast du gesagt also eigentlich gar nicht viel ne ich habe gesagt hey achso ich habe ja den Koffer wieder gepackt weil ich heute erfahre ich habe gesagt ah hätte ich fast vergessen ich habe den richtig guten Wein mitgebracht genau so und dann sehe ich halt nur unten Pinky and the Brain established in 2018 seitdem kennen wir uns ja und dann dachte ich so oh mein Gott wie süß und dann sehe ich so das Label und denke so oh das ist ja voll der cute custom Wein und war so oh voll toll danke so und dann das war eh so geil ich dachte so sag mal du war nur so ach süß also ich habe mich schon gefreut aber es war total gefreut ich habe schon das Gefühl gehabt so dass du schon so auf die Art ey lass mich doch jetzt weiter kochen mäßig weil ich habe das ja noch so hingehalten und dann hast du angefangen zu lesen und dann steht hier nämlich drauf she found her mister now she needs her sister wanna be my maid of honor ja weil kein also das ist Pinky and the Brain oh mein Gott Leute ich bin einfach Lelas Trauzeugin ich meine hallo ich habe oh Gott ich finde es so eine süße Idee also jetzt wirklich auch mal wenn ihr eine Freundin habt und fragt ob sie eure Trauzeugin sein möchte äh do it like this natürlich müsste ich vielleicht auch mein Weintrinker sein damit es Sinn macht aber ja einfach es gibt ja viele Möglichkeiten das zu verwenden oder so eine Art aber ich fand das irgendwie süß ich war wirklich so ich war richtig schockiert ich habe dann das Essen fast anbrennen lassen ich bin einfach Trauzeugin es ist auch eine große Aufgabe ne es ist auch eine große Verantwortung also ich nehme das nicht leicht Idee ist Idee ist und das bedeutet auch dass wir dieses Jahr noch bisschen nachgetan müssen ja wir müssen halt leider Location Scouting machen ja das ist halt total doof und und Verköstigungen und solche Sachen in Italien schrecklich also Toskana mögen wir eh nicht ne aber dann müssen wir ich komme halt daher was wir machen ja das ist halt eigentlich nicht cool aber wir feiern da jetzt trotzdem eine Hochzeit nächstes Jahr genau so deswegen jetzt haben wir ungefähr keine Ahnung euch 30 Stunden das erzählt aber ich fand das musste einfach das musste man auch einfach festhalten ja oh Gott ich liebe den Ring das sieht so schön aus ich habe auch noch nie so lange auf ein Schmuckstück gewartet dass er eigentlich da war ja du wie gesagt seit Monaten ich finde es auch echt süß ich finde es auch echt süß ich finde es auch super schön also auch alleine das hier das wert will ich natürlich auch verlieben also auch nochmal an das System wie cool seid ihr dass ihr einfach meine Lüge in die Realität umgesetzt habt da auch nochmal Hut ab weil ich musste ja noch die E-Mails beantworten mit ja welche Gravur nochmal genau genau ist es dann gelb gold also ich wurde richtig hart verarscht also die ganzen E-Mails waren natürlich alle besprochen und so und Leila immer so ah ja cool die E-Mail ist da ich mache das eben und so aufgeregt ach genau dann seid ihr noch aus China geflogen und dann hast du dir ganze Zeit auf den Ring gewartet ja stimmt ja und ich habe so oh nee sorry und dann haben die nochmal geschrieben so nee wir haben gerade hier so Lieferprobleme und so weiter also wenn ihr ein Schmuckstück bestellt das wird halt für euch angefertigt ja das dauert natürlich ein paar Wochen aber es lohnt sich wirklich und ich weiß sogar dass ich einen Code bekommen habe in so einem hochwertigen Schmuckstück ist das natürlich echt cool ne also ich habe gerade geguckt der Code heißt ja Mina10 10% auf alle Produkte bei This Is Bliss nochmal vielen 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 Dank dass sie die Parade mitgespielt haben ne also erstmal hier das mit der Größe raus und umso süßer dass sie dann die Idee aufgegriffen haben und gesagt haben wisst ihr was wir finden das gut ihr bekommt jetzt ihr bekommt jetzt eure Freundschaftsringe ist ein bisschen wie ein Ehering habe ich schon zuerst gesagt ja voll vor allem weil wir das halt auch immer tragen also ich meine das ist jetzt nichts was ich abnehmen werde genau nicht wie meine Eheringe so schön sag nochmal ich habe doppelte Verlobungsringe sorry richtig süß I love you I love you too ich muss heute schon wieder abreißen ich komme bald wieder gut wir müssen jetzt los bis bald mal wieder yes du kommst ganz bald wieder FUSCH